moin leute und herzlich willkommen zu einer neuen folge erklärung und und warum freunde lasst gerne ein like ein abo da dass ihr keine folgen weitere folgen verpasst es kommt ja noch eine folge jetzt online zwischendurch aber wir machen jetzt mal erklärung nicht wunder was warum noch live noch live seit noch live keine wiedergabe das ist musik keine wiedergabe noch live seit die uhrzeit ab wann ich live gegangen bin also ab counter 0 1 2 3 4 5 2 bis zur stunden und noch live sind dann die halt die counter und was wunder geht aber darum geht es ja zu dem mann diese stream aufzeichnung ist nicht verfügbar wer weiß denn freunde warum kleine kurze und erklärung ihr seht das ja 25 24 43 stunden also 25 25 stunden 24 minuten und 43 minuten aber warum wird das aber warum könnt ihr das nicht angucken freunde baby sag du es mal warum die sind die antwort freunde jetzt zeige ich euch mal was ab 11 5 50 ist maximum freunde aber könnt ihr den schlimm alles sagen gucken was über elf stunden gehen wie 13 18 28 48 aber was gibt es noch ach 100 100 stunden ja das geht ja leider nicht weil das video zu lang ist aber ab 11 5 50 lasse noch gelten tja aber auch noch 13 14 die setzen dann automatisch auch elf zurück also freunde hoffentlich konnte ich euch weiterhelfen wenn es euch gefallen hat lasst ein like und ein abo da um keine weiteren folgen zu verpassen genau ja genau freunde da muss ich kurz den haken machen weil wir es ja geschafft haben also ab 25 stunden geht es nicht mehr ab nur elf stunden und 12 13 wird automatisch dann zurück gesetzt aber ansonsten geht es ja dann nicht mehr da werde ich sagen freunde wenn es euch gefallen hat lasst ein like und ein abo da dann würden wir sagen bye bye und adi das ist ja jetzt im nächsten ja spielegamer suchen ja komplett verkackt was haltet euch die ohren steif und dann ja ich werde am samstag zu ihm 24 kalender schreiben 6 uhr hier wird euch wahrscheinlich auch fragen warum ich früher anfangen als spät warum ich finde ich spät anfangen als satz früher eine easy erklären weil ich keine lust habe um 1 anzufangen oder um 10 um 8 oder was auch immer um 16 geht es los also am freitag geht wann geht ins bett ach komm hilf mir mal maximal 23 uhr so hat sie wollten 20 ins bett gehen ja doch nicht so früh hallo das war so gestern tschüss ich und selby haben noch ein update ah ja